Hallo, willkommen zum sechsten Teil der angewandten Röhretechnik. Heute geht es um Funktion und Prüfung einer elektrostatisch abgelenkten Bildröhre. Da dieses Thema etwas komplexer ist, wird das Video aufgeteilt in vier verschiedene Teile. Der erste Teil, also dieses Video, beschäftigt sich mit dem allgemeinen Aufbau einer Bildröhre. Unter anderem auch die Unterschiede in der Ablenkung, also elektrostatisch gegen magnetische Ablenkung. Der zweite Teil wird sich über die Versorgungsspannungen befassen, also wie die Kathode, der Wellnetzzylinder, der Fokus, sowie die Beschleunigungsanode und Hauptanode beschaltet werden muss und wieso, weshalb, warum. Der dritte Teil handelt die Ablenkplatten, also die X- und Y-Ablenkung. Es enthält unter anderem einen einfachen Sägezahngenerator für die X-Achse, also die Zeitachse, sowie einen Verstärker für die Y-Achse. Und damit werden bereits 90% aller Elemente für ein einfaches Oszilloskop abgehackt. Und der letzte Teil beschäftigt sich mit einer Spannungsversorgung, um alle Spannungen, die benötigt werden, bereitzustellen, da nicht jeder ein Hochspannungsnetzteil hat, um die Bildröhre zu betreiben. Bei Bildröhre, ich habe es immer geschrieben, 18 cm, brauchen ungefähr 2500 Volt Anodenspannung, um vernünftig betrieben zu werden. Und das vorgestellte Netzteil wird die Spannung liefern, plus die benötigten Hilfsspannungen für die anderen Komponenten. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Punkt für den vierten Teil. Und fangen wir mal an. Ich mache jetzt ein bisschen Wiederholung, weil ich habe zwar alles schon in verschiedenen Teilen beschrieben, muss aber jetzt dann verweisen auf Video X, Y und Z, hier und dort. Und das ist ein bisschen doof, deshalb mache ich nochmal alles zusammen in einem Video, um die Eckpunkte nochmal zu haben. Nämlich, wie hat alles angefangen, 1897 mit Ferdinand von Braun und einer der ersten sogenannten Braun'schen Röhren. Die erste Röhre war noch, wie fast alle Röhren der damaligen Zeit, mit einem leichten Luftdruck gefüllt. Also es war keine Hochvakuumröhre, sondern die Röhre enthielt noch Rest der normalen Umgebungsluft. Und war somit eine Röhre mit einer Stoßionisation. Hier ist die Kathode. Typisch für eine Bildröhre ist neben der Kathode ein sogenannten Wellnetzzylinder. Was die genau bedeuten und machen, da kommen wir gleich zu. Der Wellnetzzylinder fokussiert die Elektronen etwas und ist in der Lage, diese zu fokussieren und zu bremsen. Nämlich, wenn der Wellnetzzylinder negativer ist als die Kathode, dann wird der Elektronenstrahl abgebremst bis hin zum kompletten Sperren des Elektronenstrahls. Es gibt eine Beschleunigungsanode, der Ablenkteil, also in den Fall zwei Ablenkplatten. Die ersten Bildröhren hatten nur ein Ablenkpaar und konnten somit den Elektronenstrahl nur in der Vertikalen ablenken. Und natürlich einen Klammernbildschirm, also dort wo der Elektronenstrahl jetzt abgebildet wird. Der bestand damals aus Klima. Mit was dieser Klimaschirm beschichtet worden ist, kann ich leider nicht sagen. Auch ist die Leuchtfarbe unbekannt, weil ich hatte diese Röhre noch nicht in Betrieb. Es gibt absolut keine technischen Daten. Zwischen den Zeilen kann man teilweise lesen, dass die Röhre um die 100.000 Volt Betriebsspannung hatte mit einem Funkeninduktor. Weil natürlich die Röhre ist nicht luftleer, sondern halt ein Restgasdruck. Sie ist knapp 70 Zentimeter lang, da natürlich einen Elektronenstrahl quer durch die Röhre zu prügeln. Da braucht es schon ein bisschen Schmackes. Also die 100.000 Volt kämen wahrscheinlich hin. Ich habe zwar einen Funkeninduktor, aber die passende Gleichrichterröhre, also auch eine Ionengleichrichterröhre, muss noch geprüft werden, ob sie noch funktioniert. Das wird dann wahrscheinlich ein Bestandteil eines anderen Videos im nächsten Jahr. Jetzt bleiben wir erstmal bei der Bildröhre. Das hier ist eine Detailaufnahme der Kathode. Wie gesagt, das Gas um die Kathode wird stoßionisiert, um halt Ionen zu erzeugen. Man sieht noch den für damalige Zeit typische Pumpstutzen, weil die Röhre ist komplett mundgeblasen und handgefertigt. Also keine Röhre ist so wie die andere. Das ist ein bisschen eine seitliche Ansicht. Hier ist noch der Pumpstutzen im Detail. Wie gelötet wurde oder was als Lot benutzt wurde, kann ich leider nicht sagen. Wie gesagt, es gibt absolut keine Unterlagen, wie die Röhre produziert wurde. Das hier ist jetzt ein Blick in den Wellnetzzylinder. Der hat, wie gesagt, ein kleines Löchlein, um den Elektronenstrahl zu fokussieren. Das hier ist die Anode. Wie gesagt, der Wellnetzzylinder von vorne. Das ist ein einfacher Blechzylinder. Hier von der Seite. Hier sieht man die Anode. Der Leuchtschirm bildet bereits den Strich, der auf dem Klammern-Bildschirm dargestellt wird. Weil es gibt ja nur eine vertikale Ablenkung, also eine Ablenkung. Hier nochmal der Wellnetzzylinder. Die Beschleunigungsanode, oder allgemein die Anode, weil es gibt nur eine Anode. Modernere Röhren haben zwei Anoden, also eine Beschleunigungsanode und eine Nachbeschleunigungsanode. Da kommen wir aber später zu. Das sind die beiden Ablenkplatten. Die Ablenkplatten stehen sich gegenüber und agieren im Prinzip wie ein Kondensator mit geringer Kapazität. Der Vorteil davon ist, dass sie sehr schnell umgeladen sind. Also ich brauche keinen großen Strom, um diese umzuladen, beziehungsweise die Ladung zu ändern. Was eine sehr hohe Frequenz ermöglicht. Oder wie in diesem Fall wahrscheinlich, wurde diese Röhre als Elektrometer eingesetzt, um einfach bestehende Spannungspotenziale zu messen. Weil natürlich, es fließt durch die Ablenkplatten kein Strom. Somit bleibt eine angelegte elektrische Ladung natürlich enthalten. Was es natürlich ideal macht für Elektrometer-Anwendungen. Das würde auch erklären, wieso es nur eine Ablenkung in eine Richtung gibt. Weil ich zeige damit im Prinzip nur beim Elektrometer, wie groß ist mein elektrisches Potenzial. Und erreiche natürlich eine Ablenkungsrichtung. Wie lang die Röhre im Betrieb war, kann ich leider nicht sagen. Auch natürlich nicht, ob sie schon bereits Luft gezogen hat. Weil, wie gesagt, die wurde produziert um 1898 bis 1900 ungefähr. Und ist damit einer meiner ältesten Röhren in der Sammlung. Ich habe noch, wie gesagt, eine Ionen-Röntgenröhre und eine Ionen-Gleichrichterröhre. Für den besagten Fuckeninduktor. Die wurden von der Firma Polyphos 1900 produziert. Also, die prügeln sich jetzt um die Krone, welche die älteste Röhre in der Sammlung ist. Das sind, wie gesagt, die Plattenummer von der Seite. Im Detail von den Anschlüssen. Und das ist die Röhre, wie gesagt, in der Gesamtlänge. Knapp 70 Zentimeter. Nochmal Detail, Kathode, Wellnetzzylinder und Anode. Klick in die Anode. Nochmal Detailaufnahme der Ablenkplatten. Und des Leuchtschirms. Wie gesagt, das ist Klima. Beschichtet. Aber mit was genau beschichtet, weiß ich leider nicht. Und ehrlich gesagt, mich wundert es, dass die fragile Konstruktion hier die Zeit überstanden hat. Und das ist das Ganze von der anderen Seite. Und das ist, wie gesagt, einer der ersten Bildröhren überhaupt. Das Ganze gibt es auch als Demonstrationsröhre, nämlich als sogenannte Fadenstrahlröhre. Die Fadenstrahlröhre besteht eigentlich nur aus den minimalsten Elementen für eine Röhre, eine Bildröhre. Nämlich die Elektronenkanone, den Wellnetzzylinder und eine Anode. Es gibt keinen Leuchtschirm. Die Röhre ist der Leuchtschirm, nämlich die Fadenstrahlröhre ist auch nicht luftleer, sondern steht unter geringem Druck. Hier ist nochmal die Anode. Das ist jetzt die Kathode und der Wellnetzzylinder. Wobei der Wellnetzzylinder ist in diesem Fall als Scheibe ausgeführt. Also die Kathode ist normal, wie eine moderne Röhre, indirekt geheizt mit einer Oxidbeschichtung. Jetzt sieht man das Ganze ein bisschen besser. Vor allem, dass der Wellnetzzylinder elektrisch isoliert ist von der Kathode. Es gibt auch einen Gätterhalter, also somit alle Elemente einer modernen Röhre. Das ist jetzt der Wellnetzzylinder oder die Wellnetzscheibe von vorne. Man sieht das kleine Löchlein für den Ausdruck des Elektronenstrahls. Je negativer der Wellnetzzylinder gegenüber der Kathode wird, umso stärker ist die Bremsung des Elektronenstrahls bis hin zum kompletten Blockieren. So werden auch in modernen Bildröhren die Helligkeit gesteuert. Und das ist die Röhre in Betrieb. Ich muss dazu sagen, die Hochspannung war schlecht stabilisiert, deshalb ist der Elektronenstrahl nicht gleichförmig, gerade wie hier, sondern ein bisschen unförmig. Hier ist ein etwas besseres Bild. Daher, wie gesagt, kommt der Name Fadenstrahlröhre, weil natürlich der Elektronenstrahl durch die Gasfüllung ein Leuchtbild nach sich zieht. Und wenn ich diese Röhre von außen mit einem Magnetfeld ärgere, kann ich natürlich den Elektronenstrahl ablenken, weil sie das Prinzip der magnetisch abgelenkt Bildröhre ist. Wie gesagt, bei der magnetisch abgelenkten Bildröhre, hier ist das Modell einer modernen Röhre, liegt am Kolbenhals, hier die Position 3, zwei Spulen, jeweils für die horizontale und die vertikale Ablenkung. Und diese Spulen produzieren ein Magnetfeld, welches natürlich den Elektronenstrahl ablenkt. Das Magnetfeld ist in der Lage, den Elektronenstrahl sehr stark abzulenken, ich würde es fast schon sagen, um die Ecke. Das hat den Vorteil, die magnetisch abgelenkte Bildröhre kann sehr kurz sein. Das war ja das Problem der ersten Bildröhren, die waren sehr lang. Die ersten Fernseher wurden die Röhren hochkant eingebaut und das Bild wurde über einen Spiegel betrachtet, weil die Röhre halt einfach zu lang war, um halt in einer normalen Position eingebaut zu werden, wie man sie heute kennt. Die Fernseher waren teilweise mannshoch und die Röhre hatte so bis einen Meter Länge statisch abgelenkt. Und das wurde dadurch gelöst, dass man halt magnetisch abgelenkt hat. Das Problem aber für die magnetische Anblick ist, die Spulen brauchen Strom. Und je höher die Frequenz wird, umso höher müsste der Strom werden. Das heißt, ich brauche jetzt entsprechend starke Röhren, um dieses zu steuern. Als Beispiel hierfür ist zum Beispiel die PL 519er. Das ist eine Horizontalablenkröhre für Farbfernseher. Das ist ein Magnovalsockel und ist schon sehr stark. Im Betrieb sieht diese Röhre so aus. Zu der Röhre gibt es auch ein eigenes Video, das ist verlinkt, wo ich zwei PL 519 gegenüberstelle, eine gebrauchte und eine fabrikneue. Und solche Monsterröhren brauche ich halt für die elektrostatische Ablenkung nicht. Aber ich muss natürlich die Röhre entsprechend lang bauen, um dem Elektronenstrahl jetzt Zeit zu geben, abgelenkt zu werden. Oder die andere Alternative ist, dass die Ablenkplatten müssen mit sehr hohen Spannungen betrieben werden, um den Elektronenstrahl schnell abzulenken. Was wiederum bedeutet, ich brauche Röhren, die richtige Hochspannungen können, was auch wieder Probleme macht. Deshalb ist es einfacher, ein Mischding zu machen. Sprich, bei Osteroskopröhren kann ich die etwas längere Bauform akzeptieren, weil halt der Durchmesser der Röhre nicht allzu groß ist. Während beim Fernseher natürlich eine 1 Meter lange Röhre unbrauchbar ist, also das ist nicht handelbar. Und da muss ich natürlich entsprechend stark ablenken, also ich brauche jetzt hier die magnetische Ablenkung. Ich kann dafür aber auch den Elektronenstrahl sehr sauber fokussieren und somit sicherstellen, dass auch in den Ecken der Röhren der Elektronenstrahl sauber ankommt. Was ja bei den ersten Bildröhren auch ein Problem war, was ja auch der Grund war, weshalb die Aufnahmeröhren an den Ecken abgeblendet waren, um einfach das Signal dort auszublenden, weil man halt wusste, die Bildröhren am Empfänger können es nicht sauber darstellen. Und bevor es unscharf und matschig wird, tun wir es komplett auszublenden. Das sind die schlecht vorbereiteten Videos. Ich habe eine Aufnahmeröhre mitsamt der Blende. Hier sieht man die Blende. Das ist die Aufnahmeröhre. Da habe ich jetzt kein Bild von. Die Aufnahmeröhre hat normalerweise, wie alle Aufnahmeröhren, einen normalen runden Sensor. Und hier ist halt, wie gesagt, die Form der Bildröhre schon ausgestanzt, um zu verhindern, dass diese Bereiche, die in den ersten Bildröhren unscharf dargestellt waren, dann dargestellt werden. Die wurden halt so schwarz dargestellt. Das sieht man, hat man damals nicht gesehen, sieht es aber auf den Aufnahmen, wenn man sie heute anschaut. Unter anderem die ersten Schwarz-Weiß-Aufzeichnungen von aufgezeichneten Fernsehsendungen. Da hat man noch gesehen, dass interessanterweise die Ecken abgeblendet waren. Das entstand, dass solche Masken, um zu verhindern, dass die Röhren der damaligen Zeit es dargestellt haben. Zu sehen ist auch auf YouTube, unter anderem beim Video von Trafi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbricht. Welches einer der ersten war, dass mit einer Video, einer MAZ aufgezeichnet wurde. Auch mit einer abgeblendeten Röhre. Und wenn man es da guckt, auf Klammern modernen Geräten, die natürlich das 4 zu 3 Bild komplett darstellen, sieht man halt, an den Ecken fehlt was. Und das waren diese Masken, die damals in den Bildaufnahmeröhren benutzt wurden, um das Bild ein bisschen zu verbessern. Auch, um es mal ganz abzuschweifen, in damaligen Fernsehzeitschriften war es üblich, dass solche Masken auch auf Bilder gelegt wurden von Fernsehsendungen, um den doofen Zustand noch mal mitzuteilen, das ist ein Bild aus einer Fernsehsendung, das siehst du so im Fernsehen und das ist kein echtes Bild. Und dafür wurden diese Dinger auch benutzt. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich schweife ab. Ich wollte ursprünglich erzeigen die magnetische Ablenkung. Ich habe leider nur eine kleine Bildröhre mit magnetischer Ablenkung, nämlich die Bildröhre eines ehemaligen Suchers aus einer Videokamera aus den 90er Jahren. Das hier ist das normale System, also die Elektronenkanone. Hier sieht man die beiden Spulen, die Ablenkspulen, die sind oben in den Röhrenhals gewickelt. Plus noch die Fokussiermagnete. Und das ist die Röhre von der anderen Seite. Und das ist das Prinzip von der magnetischen Ablenkung, dass direkt hinter der Elektronenkanone sitzt der Spulenpaar für die Ablenkung. So sieht das Ganze von vorne aus. Und zum Größenvergleich, das war in Suche einer Videokamera. Das heißt, das Ding habe ich vor der Nase gehabt. So, bei den Röhren, die jetzt hier besprochen werden, jetzt geht es primär um die statische Ablenkung. Die gibt es von groß bis klein. Angefangen von einer Röhre mit einem Zolldurchmesser, der amerikanischen 913 von RCA. Diese ist in einen Oktalsockel eingebaut. Und begnügt sich bereits mit 500 Volt Betriebsspannung. Die wurde eingesetzt in Kleinstoszilloskopen. Es gibt auch eine europäische Variante, das heißt Variante, eine ähnliche Röhre, nämlich eine DG312 von unter anderem Telefunken. Die wollte ich aber jetzt nicht zeigen. Ich wollte die DG3 von Valvo zeigen. Die ist in einem Außenkontaktsockel, also auch sehr klein, mit ungefähr 3 cm Durchmesser. Ich habe sie mit dem Neuberger geprüft, und man sieht, ich habe nur die Möglichkeit, den Leuchtpunkt zu erzeugen, weil ich natürlich im Neuberger keine Wechselspannung habe, um die Ablenkung anzusteuern. Aber die Röhre ist, wie gesagt, auch sehr klein. Ist noch einigermaßen erhältlich. Ist im normalen Außenkontaktsockel, also 8-Polig. Und sehr konventionell aufgebaut. Zu genauen Aufbau kommen wir gleich. Wer es ein bisschen eckiger mag, kann die D500, 1000, Entschuldigung, ist egal, fehlt nur 0. Ne, D500. Es ist noch zu früh für mich. Und diese Röhre hat eine weiße Leuchtschicht und wurde unter anderem in Kontrollmonitoren eingesetzt. Ist auch noch relativ gut zu erhalten. Und hat auch einen sehr konventionellen Aufbau. Und hat, wie gesagt, das Verhältnis 4 zu 3. Ist also speziell für den Video-Bereich konzipiert gewesen. Und wurde auch in Kleinstosyloskopen eingesetzt. Dann bis hin zu den dicken Dingern. Nämlich den besagten 18 cm Durchmesserröhren. Diese benötigen schon eine Nachbeschleunigung aufgrund der Größe, um ein vernünftiges Bild darzustellen. Aber das System selbst ist fast immer gleich aufgebaut nach dem gleichen Konzept. Das ist der Anschluss für die Nachbeschleunigung. Das gilt für alle Röhren, Bildröhren, die natürlich luftleer sind. Und man sollte möglichst aufpassen, wie man sie anfasst. Es sind natürlich keine Mimosen, aber sie halten auch nicht alles aus. Also da immer so ein bisschen Vorsicht warten lassen. Das ist der Anschluss, wie gesagt, für die Nachbeschleunigung. Und das ist das System im Detail. Zum Aufbau kommen wir gleich. Wie gesagt, hier ist die Kathode mit dem Wellennetzzylinder, Fokussiereinheit und Vorbeschleunigung. Und dann hier zu den Ablenkplatten. Und eine dieser Röhren wird dann auch im dritten Teil vorgestellt. Was ich jetzt zeigen möchte, also die Röhre, die ich jetzt zeigen möchte, ist die LB7 von Löwe Opta. Aus dem Grund, weil diese Röhre ist optisch sehr schön, weil sie an den entscheidenden Stellen weder geschwärzt ist, noch mit Grafit beschichtet ist, intern. Und jetzt somit alle Elemente sichtbar sind in der Röhre. Und hier ist auch das entsprechende Symbol der Röhre aus dem Datenblatt. Und man kann jetzt wirklich Röhre und Symbol gegenüberstellen. Und wir fangen an mit der Kathode. Die Röhre ist, wie gesagt, in einem Stahlröhrensockel. Da ich da natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Pins habe, hat man die Röhre halbindirekt geheizt, also die Kathode mit einem Kontakt zum Heizfaden verbunden, röhrenintern. Deshalb auch die Bezeichnung H für Heizer und Heizer plus Kathode. Man sieht es auch hier im Schaltzeichen, dass der Heizer mit der Kathode verbunden ist. Dann gibt es das G1, das ist der Wellnitzzylinder. Dieser ist negativer als die Kathode oder maximal auf 0 Volt, also dasselbe Potenzial. Und dieser ist halt in der Lage, den Elektronenstrom aus der Kathode zu bremsen, bis hin, um ihn ganz zu unterdrücken, wenn ich ihn entsprechend auf einem hohen negativen Potenzial entsprechend anlege. und dann gibt es das zweite Steuergitter. Das zweite Steuergitter ist kein Gitter im Sinne von Steuergittern, wie man es oft aus der Röhrentechnik kennt, also aus der Stärker-Röhrentechnik kennt, das ist das hier. Das ist im Prinzip eine elektronische Linse und fokussiert den Elektronenstrahl etwas, um halt den Fokus darzustellen, also den scharfen Strahl darzustellen, während die A1, die Anode A1, das ist hier. Das ist eine Vorbeschleunigung, die dem Elektronenstrahl etwas Geschwindigkeit gibt, die ist auch schwach positiv geladen, um natürlich die Beschleunigung zu generieren. Und dann kommen die beiden Ablenkplatten, einmal die Y-Ablenkung und einmal die X-Ablenkung. Die Y-Ablenkung wurde damals als Messpaar benannt, weil natürlich bei Oszilloskopen ist die Information, die mich am meisten interessiert, natürlich in der Y-Achse, also das Signal selbst. Und je näher eine Platte an der Kathode ist, umso wirksamer ist die Ablenkung, weil natürlich der Elektronenstrahl an der Stelle noch langsam ist und somit wirkt natürlich das elektrische Feld der Ablenkplatten stärker auf den Elektronenstrahl, als wenn er bereits beschleunigt ist, wie bei der X-Ablenkung. Und die X-Ablenkung wird auch zweiter Zeitplatten genannt, hier, weil dort natürlich wie schon gesagt die X-Ablenkung erzeugt wird und die ist etwas unempfindlicher für die Genauigkeit als die Y-Ablenkung. Deshalb hat man gesagt, okay, Genauigkeit muss auf Y liegen, das kommt zuerst, das untere Paar und X ist ein bisschen moderater. Anschließend und die zweite Anode, nämlich A2, die ist jetzt hier etwas fälschlich eingezeichnet, die liegt natürlich nicht zwischen der Beschleunigungsanode und den Platten, sondern die Anode 2 ist die Grafitbeschichtung der Ruderer. Das ist die Nachbeschleunigung. Die Grafitbeschichtung ist mit einer Metallzunge verbunden im System und die sorgt dafür, dass der Elektronenstrahl möglichst gleichmäßig dann nachbeschleunigt wird, wenn er die X-Ablenkung verlassen hat, um dann die Leuchtschicht zu erreichen. Ja, das ist jetzt eigentlich die noch irgendeine sinnvolle Röhre, nee. Wie gesagt, man kann das Datenblatt angucken von der LB7, weil die Röhre werde ich wahrscheinlich auch nehmen später für die für die das Darstellen des Oszillators im dritten Teil und man sieht, wie gesagt, die Anodenspannung für A2, also die Grafitbeschichtung ist 2000 Volt, die Focussier Anode ungefähr 450 bis 500 Volt und wie gesagt, der Wellnetzzylinder ist so zwischen minus 35 und minus 75 Volt. Das sind die groben Daten der Röhre und natürlich, was jetzt wichtig ist, die Ablenkempfindlichkeit, nämlich jetzt kommt die Frage, wie viel Volt brauche ich, um den Elektronenstrahl abzulenken. Und die Messplatten, also die Y-Ablenkung sagt bei 1000 Volt Beschleunigungsspannung beziehungsweise 2000 Volt Beschleunigungsspannung habe ich 0,07 Millimeter pro Volt. Also wenn ich die Messplatten um 1 Volt lade, lenkt sich der Strahl um 0,07 Millimeter ab. Das heißt, ich weiß natürlich jetzt, wie lang ich die Platte laden muss, also wie hoch ich die Platten laden muss, um den Elektronenstrahl entsprechend abzulenken und die Zeitplatte, also die X-Ablenkung ist ein bisschen unempfindlicher, nämlich nur 0,05 Millimeter pro Volt, während die Y 0,07 Millimeter pro Volt ist. Bei 1000 Volt ist die Ablenkung ein bisschen stärker, weil natürlich der Elektronenstrahl jetzt hier langsamer ist und natürlich die Ablenkplatten mehr Zeit haben zu wirken und wenn ich natürlich den Elektronenstrahl stärker beschleunige, habe ich natürlich eine geringere Ablenkung, aber natürlich auch ein schärferes Bild, weil je schneller der Elektronenstrahl zum Leuchtschirm geprügelt wird, hat natürlich keine Zeit, die Fokussierung zu verlieren, weil natürlich die Elektronen natürlich sich gegenseitig abstoßen und der Strahl wird immer unschärfer, je länger der Strahl braucht zum Darstellen. Und sie sagen auch beim Scharfstellung, ich kann bei 2000 Volt Annoten Beschleunigung Spannung ein Millimeter erreichen. Aber zu solchen Daten kommen wir im dritten Teil, wenn es darum geht, die Elektronenröhre, also die Bildröhre, dann in Betrieb zu zeigen. Der zweite Teil ist wie gesagt Bereitstellung der nötigen Spannungen, dass ich die Minimalst Ablenkung schaffe, nämlich einen Punkt darzustellen, einen fokussierten Punkt und der dritte Teil ist dann die Darstellung einer Linie, nämlich einer X-Ablenkung mit Hilfe eines Sägezahlgenerators und einer Y-Ablenkung wahrscheinlich dann die Darstellung der Netzfrequenz, weil die Netzfrequenz ist eine Sinusspannung, die immer zur Verfügung steht durch die Heizung, die kann ich nicht mehr klauen als Testspannung und die kann natürlich auch leicht verstärkt werden, um dann die Y-Darstellung zu haben, während die X-Ablenkung dann auch im Bereich von 100 Hertz operieren wird, um wie gesagt da natürlich mindestens zwei Amplituden von der Netzspannung dann auf der Bildhöhre darzustellen. Aber da werde ich mir noch Gedanken machen, wie man eine vernünftige Testeinstellung findet, weil es geht darum natürlich die Spannungen möglichst Entschuldigung die Schaltung möglichst einfach zu machen. Es soll jetzt kein Super-Ostilloskop werden mit allem Möglichen, aber ein einfacher Sägezahn, dass ich eine Linie habe, also eine X-Linie plus einen Verstärker, wo ich ein Signal zeigen kann, um zu sehen, funktioniert die Röhre. Weil es gibt ja die Möglichkeit einen einfachen Röhrentest zu machen, das wird bei den meisten Bildröhrentestsystemen gemacht. Ich kann natürlich bei einem Testsystem keine Hochspannung anlegen, weil die meisten Testgeräte sind Batteriebetrieben. Das heißt, ich lege an der Röhre nur eine normale Heizspannung an, nutze G1 als Steuergitter und mein G2 als Hilfsanode und kann somit die Röhre als Triode betreiben und somit feststellen welcher Emissionsstrom fließt. Das heißt, ich kann jetzt auf der Kathode eine geringe Spannung von 200 Volt oder 100 Volt anlegen, habe ein negatives Steuergitter und habe somit am G2 an Anodenstrom und kann jetzt sagen, ob die Röhre noch eine vernünftige Emission hat. Die Emission kann ich steuern durch Modulation des Wändezylinders weil der ist de facto ein normales Steuergitter das heißt die negative der wird umso geringer wird auch mein Strom auf dem G2 beziehungsweise wenn ich ihn auf 0 Volt runter regle oder hoch regle je nachdem wie man sieht habe ich natürlich die maximale Emission auf dem G2 und kann somit sagen ob die Emission in der Röhre noch funktioniert aber ich kann natürlich nicht sagen ob die Ablenkung sauber funktioniert sprich ob die Ablenkplatten sauber aufgebaut sind ob es dann mechanische Verschiebung gab ob die Leuchtschicht noch in Ordnung ist und so weiter dafür muss ich natürlich die Röhre in Betrieb nehmen und das ist auch der Sinn dieser Testschaltung dass ich sagen kann die Röhre funktioniert im Sinne von ich kann ein Signal darstellen und somit auch normal betreiben und wie gesagt alles wird in Röhrentechnik aufgebaut beim Oszillator wird wahrscheinlich eine einfache Pentode eingesetzt mit einer Nachverstärkung ich sage jetzt mal ganz frei aus der Hüfte geschossen EF80 ECC 82 im X Teil und die ECC 82 im Y Teil weil dort brauche ich keinen Oszillator ich brauche nur einen einfachen Verstärker während halt den Sägezahn kriege ich mit einer einfachen Pentode hin ich sage jetzt hier wahrscheinlich EF 80 oder EF 83 die Amplitude die rauskommt wird nicht ausreichend sein um die eine Bildröhre komplett also eine große 18 Zentimeter Bildröhre komplett auszusteuern da brauche ich eine Nachverstärkung dann nehme ich wahrscheinlich dasselbe Schaltsystem wie bei Y Achse also ECC 82 und das sollte den Elektronikteil für die Ablenkung komplett anschließen wie gesagt das ist kein hochgenaues Oszilloskop das ist eine Testschaltung wer natürlich dann spielen will kann gerne die Schaltung weiter aufbauen und im Prinzip auch dann ein Oszilloskop draus machen nämlich den Oszillator wählbar machen für verschiedene Frequenzen und damit hat man im Prinzip das was das Oszilloskop macht ich kann mit der Zeitbasis natürlich sagen ich will so und so viel kilohertz darstellen gibt mir die Referenz und das ist ein Oszilloskop während das jetzt hier ein einfaches minimales Oszilloskop ist mit einer Festspannung zeigt mir ein Signal und sagt mir ob die Bildrohr funktioniert das ist das was ich möchte hier plus natürlich die Spannungsversorgungen da bin ich benutze oder ein Generator der aus normalen Nets 200 Volt Röhrenspannung vom Röhren Trafo dann die Hochspannung macht mit einem Oszillator also praktisch das was die Zahakapa Drohnen im Autoradio gemacht haben im Prinzip elektronisch aber wie gesagt da kommt noch viel Luft dafür und das ist noch alles umgelegte Eier und die Versorgung Spannungen werden meistens bei Bildröhren über Widerstands Netzwerke bereitgestellt weil der Strom der an der Kathode der Bildröhre fließt ist nur sehr gering das heißt hier kann man es sich leisten alles mit Puttis aufzubauen da halt wie gesagt der Kathoden Strom sehr gering ist und auch die meisten Elemente der Röhre kein Strom fließt oder kein hoher Strom fließt insofern muss ich eine Versorgung Spannung mit dem großen 10 Kilo Netzteil aufbauen sondern wirklich minimals aber da kommt einem zweiten Teil zu jetzt erstmal genug gelabert danke für die Aufmerksamkeit und bis zum zweiten Teil